Der harte Alltag in der Eisenbahnsiedlung von Duisburg. Das ist kein Zustand so. Das ist kein Leben. Von der Gesellschaft übersehen. Ja, ich habe mir ein Stück weit aufgegeben. Vom Leben überfordert. Weil wenn nicht jetzt bald weit kommt, dann ist der Zug auch abgefahren. Hier zählen die kleinen Freuden umso mehr. Jäger haben Beute gemacht, auch wenn es nur Äpfel sind. Harz und Herzlich, die Eisenbahnsiedlung von Duisburg. Dienstag, 20.15 Uhr.